Unterhalt die Leute, Natscho. Sitz! Soll ich mir Nudeln machen? Soll ich mir Nudeln machen, Natscho? Scheiß drauf, ich mach das später, Chat. Natscho, ich möchte mich jetzt da wieder hinsetzen, ich weiß, es ist ja unhöflich. Kannst du bitte gehen? Bleib jetzt einfach auf mir sitzen, Natscho. Okay, wir gucken das zusammen. Bleib Sitz, Sitz! Sitz! Sitz!